So, vielleicht ist das die wichtigste Woche des Sommers, weil es gibt einen Haufen Quartalszahlen. Die Federal Reserve Tag, das geht um den Yen, Monatsanfang, Sentiment, Saisonalität. Guten Tag, mein Name ist Urban Jekkele, Sie kennen mich vom Feierabenddepot. Wenn Sie kein Video mehr verpassen wollen, einfach rechts unten den Kanal abonnieren. Diese Woche ist ziemlich viel los, darum habe ich gedacht, machen wir mal noch ein Zusatzvideo. Zunächst die ganzen Quartalsberichte, dann schauen wir auf die Notenbanken, auf die Monatsanfangsstrategie, auf das aktuelle Sentiment, auf Saisonalität und auf das Optionsdepot. Es geht aber los direkt. Diese Woche ist extrem viel los von den Quartalsberichten her. Und es ist vielleicht die wichtigste Woche des Sommers, weil wir sehen, diese Berichtssaison sind jetzt 34% in dieser Woche am Start von allen S&P-Unternehmen. Also wenn diese Woche vorbei ist, dann kommt nicht mehr so viel. Und wir schauen mal drauf, was hier alles los ist. Das finden Sie auch unter dem Video, diesen Earnings-Kalender. Heute zum Beispiel Procter & Gamble, PayPal, Pfizer. Und die sind schon alle drei, da schauen wir gleich mal drauf. Und nach dem Marktschluss kommt noch AMD und insbesondere auf Microsoft. Morgen dann zum Beispiel Cameco, da schauen wir gleich drauf. Und dann am Freitag, äh Donnerstag, nach Marktschluss Amazon und Apple, Intel. Also da ist jede Menge los diese Woche. Wir schauen jetzt mal auf drei drauf, die jetzt gerade ihre Zahlen berichtet haben. Das sind jetzt nicht gerade die Größen, aber weil die jetzt gerade da berichtet haben, schauen wir einfach mal drauf auf so ein paar Aktien, die man vielleicht sonst nicht so oft anschaut. PayPal kennt ja jeder als Zahlungsdienstleister, ist aber im Endeffekt einfach nur eine E-Mail-Adresse und kriegt halt immer mehr Konkurrenz durch Apple. Deswegen ist die Aktie in letzter Zeit durch Apple und andere Zahlungsdienstleister. Man kann ja mittlerweile auf verschiedenste Weise zahlen. Und Apple hat jetzt aber gerade mal die Erwartungen übertroffen. Wir sehen hier von den Earnings und auch von den Umsätzen eine deutliche Überraschung. Wir sehen die Aktie, da wurde nicht mehr so viel erwartet. Die lief ziemlich seitwärts oder eher sogar ein bisschen abwärts. Und jetzt die Erwartungen übertroffen und gerade mal so 10% höher heute gegangen. Dann auch Pfizer. Die kennt man ja noch von der Corona-Krise. Da hat die richtig viel verdient. Und danach wird es ein bisschen leiser um die. Aber das ist ein riesiger Pharmakonzern in den USA. Und auch die hat jetzt gerade die Erwartungen übertroffen von den Earnings um 20% und auch von dem Umsatz ein bisschen. Und auch diese Aktie ist heute weiter gestiegen. Die hat einen relativ guten Aufwärtstrend. Hat aber davor ein paar Jahre ziemlich gelitten. Weil halt nachdem diese Umsätze von Corona weggefallen sind, ging es ziemlich bergab. Und dann laufen auch noch ein paar Patente aus den nächsten Jahren. Aber das ist einfach eine relativ solide Aktie, die man... Also ich habe die zum Beispiel so als Basis-Investment einfach im Depot. Die zahlen eine hohe Dividende. Und ist eigentlich so eine unkaputtbare, würde ich mal sagen, in den USA. So ein Pharma-Wert, auch wenn es gerade die letzten Jahre bessere Pharma-Aktien gab. Dann Pogta & Gamble. So für die Verbraucher wichtig. Zum Beispiel Pampers und all diese möglichen Haushaltswaren. Die hat die Erwartungen nicht erfüllt, aber so ganz knapp verfehlt. Ein bis zwei Prozent. Also eigentlich nicht viel. Und die wurde ziemlich abgestraft. Also auch fast zehn Prozent einfach gefallen mit einem Abwärtsgap heute. Also da geht es halt ziemlich zur Sache, wenn dann die Erwartungen verfehlt werden. Oder auch übertroffen werden. Letzte Woche hatten wir ja schon Google und Tesla. Und bei beiden gab es ein bisschen eine leichte Enttäuschung. Beide Werte waren unter Druck. Und es wird spannend, wie es natürlich morgen dann weitergeht. Aftermarket mit Big Tech. Meta zum Beispiel. Oder auch heute Abend noch. Insbesondere mit Microsoft und AMD. Und morgen ist noch Cameco. Weil ich ja schon so viele Videos gemacht habe über Uran. Da war ich ja relativ früh dabei. Möchte ich jetzt nochmal noch auf Cameco schauen. Wir sehen hier den Chart zunächst. Oben. Also ich hatte ja schon viele Videos gemacht über Uran. eigentlich schon hier ab dem Jahr 2020, 2021. Wo dieses Momentum in die Branche reinkam. Damals war das noch eine verhasste Branche. Das Uran. Und mittlerweile ist es leider in aller Munde. Und es geht halt, wie wir jetzt hier sehen. Es hat halt im Endeffekt so einen Anstieg gemacht. Von, ja so ungefähr von 10 Dollar auf 50. Die letzten drei, vier Jahre. Aber jetzt scheint es hier so ein bisschen so einen Top zu bilden. Oder vielleicht geht es auch seitwärts. Und vor allen Dingen, wenn wir hier mal kurzfristig schauen. Die Aktie hat schon relativ viel vorweggenommen. Also wir sehen hier den Ausbruch in schwarz. Die letzten vier Jahre, nachdem die hier so 10 Jahre rumgedümpelt ist. 2011 war dieses Fukushima-Unglück. Und danach haben viele Länder Kernkraftwerke zumindest nicht mehr so stark favorisiert. Und manche Länder haben beschlossen auszusteigen. Zum Beispiel Deutschland, aber auch Japan zwischenzeitlich. Aber dann schalten jetzt viele wieder an, verlängern ihre Kraftwerke. Und das befördert den ganzen Sektor. Aber mittlerweile haben das halt schon ziemlich viele Leute kapiert. Und das ist nicht mehr so eine verhasste Branche, wie es schon war. Und wir sehen, dass der Kurs jetzt schon ein bisschen in Aussichten vorausgelaufen ist. Das heißt, die Aktie hat einiges vorweggenommen. Und deswegen, ich halte die noch. Aber ich habe Uran in letzter Zeit eher, also Uranwerte eher reduziert als erhöht. Cameco ist so ein Basis-Investment. Das ist halt die größte Aktie aus der westlichen Welt. Und ist so eine Aktie, mit der ich zum Beispiel angefangen habe im Uran-Sektor. Weil es gibt viele kleinere Werte, die steigen auch schneller hoch. Aber die korrigieren dann auch später. Da gibt es ja eigene Videos drüber. Also hier der Earnings-Kalender, wie gesagt, finden Sie unter dem Video. Kommt noch einiges Spannendes diese Woche. Und wenn man sich das mal anschaut, wie im Moment die Leute positioniert sind. Ich habe jetzt hier geschrieben, hohe Positionierung in Mega-Caps. Weil es unter dem letzten Video einige Witze gab über meine Aussprache. Magnificent Seven oder Magnificent Seven. Keine Ahnung, ich finde das für mich eigentlich okay. Also wissen, was gemeint ist. Auf jeden Fall ist eine hohe Positionierung in diesen Big-Tech-Werten. Und die ist eigentlich natürlich auch begründet. Weil die Aktien machen ein riesiges Gewinnwachstum. Andererseits ist da jetzt natürlich ziemlich viel schon in den Aktien drin. An Positionierung. Und es wird immer auch schwerer für die, dass sie noch weiter die Erwartungen einhalten und steigen. Trotzdem, das Gewinnwachstum dieser Big-Cap-Aktien ist halt zum Beispiel hier in Schwarz-Tage steht viel höher als bei den Russell 2000 Aktien. Natürlich gibt es gute Russell 2000 Aktien. Also die aus der zweiten Reihe, die steigen jetzt zum Teil. Und es gibt so eine Rotation, da hatte ich auch jetzt ein paar Videos drüber. Aber es gibt natürlich auch im Russell 2000 ziemlich viele Probleme. Es gibt viele Firmen mit Schulden. Und da ist ganz genau eine Aktienauswahl auch wichtig. So, dann was noch los ist in dieser Woche oder beziehungsweise schon los war. Am Wochenende die Bank of Japan hatte schon eine Tagung. Die hat beschlossen, die Zinsen um 0,1% zu erhöhen. 0,1% ist natürlich nicht viel. Aber es ist ein kleines Signal oder sollte ein Signal sein. Und dann kommt jetzt die Federal Reserve morgen und übermorgen. Und dann am 1. August noch die Bank of England. Und schauen wir mal an. Das ist insbesondere wichtig für verschiedene Währungen natürlich für den Yen. Weil im Moment ist es halt der Carry Trade, dass die Leute gerne im US-Dollar investieren, weil man da 5% bekommt. Aber insbesondere in Japan bekommt man halt 0%. Und dann geht halt ziemlich viel Kapital aus dem Yen zum Beispiel in die USA. Also einfach US-Dollar long, japanischer Yen short ist ein Trade, der die letzten paar Jahre ziemlich gut funktioniert hat. Und da möchten die Notenbanken natürlich ein bisschen entgegenwirken. Und apropos Notenbanken, die Federal Reserve ist natürlich jetzt die wichtigste Sitzung in dieser Woche. Da wird jetzt aber eigentlich keine Veränderung von den Zinsen erwartet. Diesen FedWatch Tool, wo man das sehen kann, zu 95% bleiben die Zinsen. Die Zinsspanne muss man hier sagen. Die legen ja immer so eine Spanne fest. Das bleibt hier unverändert. Und bei der nächsten Sitzung im September wird dann eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet. Aber natürlich wird es wieder ziemlich spannend sein, was so Jerome Powell und verschiedene andere Notenbanker dazu sagen. Die letzte Zeit ist die Inflation ein bisschen zurückgegangen. Also denke ich, dass die Märkte hier vorsichtig optimistisch sein können. Und wenn man dann sieht, was der Yen macht. Der Yen zum Beispiel zum Dollar die letzten paar Jahre ziemlich massiv abgestürzt. Und hier gab es zwei Interventionen der Notenbanken. Also hier hat die japanische Notenbank für 16 Milliarden US-Dollar verkauft, um dann den Yen zu stützen. Und dann hier nochmal im Juli, wenn wir hier mal kürzer reinzoomen, sehen wir es. Im Mai diese Intervention hat dem Abwärtstrend nicht viel geschadet. Aber hier am 11. und 12. Juli gab es eine Intervention. Und da gibt es auch einen Beitrag, also hier auf Twitter von Capital Economics. Wir sehen hier, die japanische Notenbank hat am 11. und 12. Juli eingegriffen. Und hat dann wieder halt US-Dollar verkauft und Yen gekauft, um die Währung zu stützen. Und da würden natürlich Zinssenkungen in den USA und England helfen, bei gleichzeitiger Erhöhung für Japan, dass diese Zinsdifferenz ein bisschen kleiner wird und dann einfach mal der Yen wieder ein bisschen attraktiver wird. Weil diese riesigen Währungsdifferenzen, die möchte natürlich niemand so gern, weil alle möchten Stabilität lieber haben. So jetzt aber der nächste Effekt, was diese Woche los ist, der Monatsanfang. Das ist ja immer so ein bisschen, nicht so richtig auf dem Schirm, aber die Märkte gehen oft zur Monatsmitte, zum Monatsende hin runter. Und dann zum Monatswechsel gehen sie hoch. Da schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf. Das habe ich nämlich mal statistisch ziemlich gut ausgewertet. Wenn man immer am letzten Tag des Monats kauft, also nicht heute Abend, sondern morgen am 31. Juli zum Marktschluss, also nicht genau um 22 Uhr, sondern eine Viertelstunde vorher, und dann vier Tage die Position hält, das sehen wir immer hier, also immer zum Monatsschluss gekauft und die ersten vier Tage des Monats gehalten. Das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, zum Beispiel jetzt gerade Ende Juni gekauft und in den Juli reingehalten. Die ersten vier Tage vom Juli waren richtig stark und die Schwäche kam dann zur Mitte des Monats hin. Und das ist eigentlich ziemlich typisch, zum Beispiel in der Corona-Krise war es auch so. Vor Corona, hier so Anfang 2020, ist die Börse noch munter gestiegen. Im Februar, obwohl da schon mal, wenn man informiert war, schon was gehört hat, dass es schon ein paar Corona-Fälle gibt in China und dass es vielleicht auch mal hierher kommt. Und dann kam die Corona-Krise mit voller Wucht. Aber mitten in diese Corona-Krise hinein, wenn man Ende Februar gekauft hat, also 28. Februar, oder ich weiß nicht mehr, ob das jetzt ein Schaltjahr war. Es war vielleicht sogar ein Schaltjahr, also dann am 29. Februar gekauft. Vier Tage gehalten, ist man hier mitten in der Corona-Krise sogar noch mit einem Gewinn rausgekommen mit der Strategie. Und dann am April, Mai, Juni lief es dann wieder ganz normal. Und wenn man sich das mal statistisch anschaut, zum Beispiel im Nasdaq 100, immer die ersten vier Tage des Monats gehalten, kommt man auf so eine Equity-Curve seit 1985. Und im S&P 500 sieht es ähnlich aus seit den 20er Jahren. Und hier im S&P 500 mal geschaut seit 1923, kommen die ersten vier Tage des Monats auf 6% fast so viel wie eine Buy-and-Hold-Strategie. Das heißt, die ersten vier Tage des Monats machen quasi die ganze Rendite und die Rückgänge sind natürlich dann auch niedriger, sind dann 30% zu 86%. Wie kann man das umsetzen, also zum Beispiel mit ETFs, wenn man einen ganz kleinen Hebel haben will, oder mit Optionen, wenn man sich ein bisschen besser auskennt, zum Beispiel durch meinen Optionskurs kann man das auch umsetzen. Wobei das nicht Teil des Optionskurses ist, explizit diese Strategie. Im Endeffekt können Sie sich den Monatsanfang einfach einen Kalender stillen und immer die ersten vier Tage des Monats ausnutzen. Zum Beispiel verkaufe ich da keine Aktien, sondern warte dann lieber ab, bis die ersten vier Tage des Monats mal vorbei sind. So, dann schauen wir noch auf das Sentiment. Das ist im Moment neutral, aber eher so ein bisschen Angst. Also hier 4 ist Angst. Und die letzten Wochen ist es immer mehr aus diesem Gierbereich gefallen. Das ist positiv, also im Moment ist nicht so viel Gier im Markt, dass man gerade einen richtig dicken Crash jetzt von daher erwarten müsste. Und die Sentiment-Strategie im Feierabend-Depot hätte hier fast ein Kaufsignal generiert. Wenn nicht gleichzeitig dieser Abwärtstrend hier wäre, dann wäre hier schon ein Kaufsignal gewesen, vorgestern, weil hier ziemlich viel Pessimismus im Markt ist. Bei den US-Index-Optionen gibt es mehr Puts als Calls. Da ist das Verhältnis über 1,2 gestiegen. Während hier unten sehen wir die Aktienoptionen. Die sind weiterhin im neutralen Bereich. Aber hier gibt es kein Kaufsignal, weil der Markt im Abwärtstrend ist. Trotzdem ist es natürlich unterstützend, wenn hier viele Leute schon negativ positioniert sind. Also viele Puts gehandelt werden. Dann ist es unterstützend für den Markt Nasdaq 100. Dann schauen wir noch mal auf die Saisonalität im S&P 500. Da sehen wir, dass jetzt da eine etwas schwächere Saisonale Phase vor der Tür steht. Aber auch nicht so richtig schwach. Aber hier sind so die letzten 10 Jahre in der grauen Linie zusammengefasst. Und der Juli war saisonal recht stark. Insbesondere der Anfang hat sich auch bewahrheitet. Und dann wird es jetzt ein bisschen schwächer, bevor dann die Jahresendrille einsitzen könnte. Das ist aber nur ein Indikator von vielen. Die Saisonalität. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf das Optionsdepot. Das ist das WA Self-Invest-Depot, was ich vor kurzem aufgemacht habe mit 60.000 Euro. Es ist ein bisschen unter Druck und heute musste ich den NVIDIA-Put verkaufen. Er ist unter den Stop-Kurs gefallen. Wenn Sie das mal genauer interessieren, können Sie einfach auf diese Homepage gehen. Da ist so ein kleines Video und da sehen Sie mehr Infos. Dieser Optionskurs, da teile ich eine Master-Plattform. Also Interactive Broker, Cap-Trader oder WA Self-Invest. Da haben Sie quasi die gleiche Plattform wie ich mit dem Master-File. Und können auch im Paper-Trading alles ganz genau üben und nachmachen, so wie ich das mache. Mit ganz klaren Regeln, um das zu lernen. Und das war meine Equity-Curve die letzten zwei Jahre. Die ganze Strategie ist wenig korreliert zum S&P 500. Und das sind zwei Strategien, die man relativ einfach umsetzen kann. Wirklich mit wenig Zeitaufwand. Also ich schaue da jetzt jeden Tag, wenn ich die Position einmal gemacht habe, schaue ich da nur fünf Minuten am Tag drauf, ob die Stopps oder die Kursziele erreicht werden. Das sehe ich hier. Im Endeffekt an diesen Prozentzahlen. Das sind ganz klare Prozentzahlen, wo ich da einen Stopp oder Kursziele erreiche. Und dann manage ich das Ganze über die Margin, dass ich da das Risiko richtig steuere. Zur Risikosteuerung gibt es auch ein gutes Buch von Julia Spina. Da hatte ich auch schon mal darauf hingewiesen. Das teile ich auch mal unter dem Video. Wer jetzt nicht direkt den Optionskurs kaufen möchte, kann erst mal von Julia Spina das Basic lernen. Und mit dem Optionskurs hat man dann natürlich noch die passenden Strategien zum Buch. So, das Fazit von dem Video. Diese Woche ist ziemlich viel los. Es gibt einige Quartalsberichte. Heute waren schon welche. Es geht hoch und runter. Wichtig sind insbesondere diese Big Tech Aktien die Woche. Microsoft, Amazon, Apple. Und da gibt es natürlich, wird es große Bewegungen geben, denke ich, nach oben oder nach unten. Gleichzeitig auch mit den Notenbank-Sitzungen in England und den USA. Und es gibt einen Monatsanfang. Das sollte den Markt stützen. Und auch das Sentiment könnte den Markt stützen, während die Saisonalität leicht negativ ausschaut. So, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wie immer schließe ich mit dem Haftungsausschluss. Das ist keine Anlageempfehlung. Backtests haben natürlich nur eine bedingte Aussagekraft für die Zukunft. Das sind historische Betrachtungen. Und ich halte natürlich manche Aktien, die ich hier gezeigt habe, ich kenne ihre persönliche Situation nicht. Sie handeln immer auf eigenes Risiko. So, ich werde es persönlich in Schwimmbar gehen mit meiner Familie, weil das Wetter ist total heiß. Aber dieses Video wollte ich mal machen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und gutes Trading. Und bis zum nächsten Mal.